Hallo, willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Armada 2, der NRW über 18 hier. Und wir bewegen uns, glaube ich, mit großen Schritten auf die finale letzte Mission zu. Wir haben die letzte Mission Flutwelle ja relativ easy, schnell, wie eigentlich leider fast alle hier bei den Borg, bestanden und haben die Spalte gesichert. Jetzt geht es wohl in die Spalte hinein. Rachen des Todes. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber nun gut. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt die letzte ist oder ob das die vorletzte ist. Naja, auf geht's. PK, der Eingang der Spalte ist momentan gesichert. Alle Versuche, Spezies 8472 zu assimilieren, sind gescheitert. Ihre fortgesetzten Feindseligkeiten gegen die Borg stellen ein erhebliches Ärgernis dar. Wir dürfen sie nicht mit ihrer Invasion in diese Galaxie fortfahren lassen. Sie müssen vernichtet werden. Wir werden diese fremde Bedrohung zusammen eliminieren. PK, Sie und Ihre Streitkräfte werden die Borg beim Angriff auf Spezies 8472 unterstützen. Wir besitzen zur Zeit nicht genügend Ressourcen, um eine Offensive gegen Spezies 8472 zu starten. Wir brauchen sowohl Metall als auch die Lithium, bevor wir uns in die Spalte begeben. Diese Ressourcen sind im Flüssigraum nicht zu finden. Erst dann können wir uns in seinen tiefen Rachen stürzen. Verstanden. Sie sollten wissen, dass unsere Stellung in diesem System nicht gefestigt ist. Spezies 8472 stellt immer noch eine ernsthafte Bedrohung für den Alpha Quadranten dar. Handeln Sie daher schnell und erlangen Sie alle Ressourcen, die Sie benötigen. Spezies 8472 wird nicht Halt machen, bevor alles Leben in diesem Quadranten eliminiert ist. 20.000! Bist du mich verarschen, oder was? Im Flüssigraum sind keine bekannten Rohstoffe vorzufinden. Es ist für einen Sieg notwendig, vor dem letzten Angriff zunächst Ressourcen zu sammeln. Sichern Sie das Gebiet und beschützen Sie die Humanoiden vor Angriffen der Spezies 8472. Sie werden dann die notwendigen Ressourcen sammeln. Die primäre Sternenbasis der Humanoiden darf nicht zerstört werden. Erlangen Sie 20.000, 120.000. Die Sternenbasis der Föderation darf nicht zerstören, wenn ich Schiffswerf, die Enterprise, die Diamond... Einige Geschütze und Sensoren der Föderation funktionieren, können aber nicht demontiert werden. Wieso haben wir den... Wieso sollte ich die demontieren wollen? Nicht assimiliertes Spezies wird angegriffen. Ach, Herr Jemine. Okay. Ach, das sind nur Sensoren. Ha, ha, ha. Wie sieht's bei mir aus mit den Ressourcen? Da sind wir zusammen. Dann haben wir hier... Was haben wir hier? Nur Sensoren. Torpedo. Sensoren. Okay. Was haben wir hier alles? Da bin ich doch auch. Einsatzbereit. Geben Koordinaten ein. Okay. Was ist denn hier? Wieso blau und weiß? Wieso... Alle Stationen. Bericht. Ach, das ist das. Okay. Erwarten Befehle. Das ist ja jetzt echt blöd gemacht. Du montier... Okay. Kann ich da jetzt bauen? Ja, tatsächlich. Fordere zusätzliches Personal an. Das ist ja mal cool. Und hier hinten? Ach, da hab ich sie. Okay. Ja, es wäre dann vielleicht von Torteil, wenn wir uns hier zusammenziehen, oder? Wir möchten uns verbessern. Ja, genau. Möchte ich auch. Wir möchten uns verbessern. Jetzt ist die Frage. Soll ich hier oben bleiben, oder soll ich mich unten am Tor platzieren? Hm. Das ist jetzt die Frage. Zu Befehl. Wir werden uns anpassen. Gucken wir mal. Verlegen Position. Oh, 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 oh. Wir reden im Korrektiv. Okay, da komm ich nicht hin. Auf dem Weg. Wir dienen im Korrektiv. Ich sehe ja sehr viel. Zu Befehl. Auf dem Weg. Hm. Es scheint wohl tatsächlich nur... Auf dem Weg. Dann will ich hier bleiben. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Ähm. Wo ist die Sternenbasis? Ach, da ist... Oh Gott. Wo war denn jetzt die Sternenbasis, verdammt? Da. Da ist die Werft. Okay, dann... Bausch mal Nexus. Das Kolletiv wird angegriffen. Wir werden uns flügen. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Ei, 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 ei. Okay, guck mal, weil ich hier nur bauen kann. Ei, ei, ei. Bestätigt, Sternenflotte. Ja, warte mal, da ist das Dach... Ach, da bist du schon am Bauen? Okay. Zu Befehl. Guck mal, wie lahmarschig das ist. Das ist genauso lahmarschig. Okay. Das Kolletiv wird angegriffen. Du-di-du, du-di-du. Sammelt der jetzt für mich? Ja, scheint so. Dann brauche ich das wenigstens nicht. Dann kommen wir mal rein hier. Auf dem Weg. Ist alles gerade so ein bisschen unübersichtlich. Wir wegen uns zum Sektor. Zu Befehl. Hier. Zu Befehl. Erwarten neue Direktive. Sind unterwegs. Ja, guck mal, jetzt redet sie auf einmal. Hoppla. Ich glaube, ich muss da unten hin. Wo sind denn meine Föderationen? Da. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Und hier war dann noch irgendwo einer. Hier waren zwei Stück. Da. Bestätigt. Bestätigt. Hier fliegt man da hin. Bestätigt, Sternenflotte. Stationsbau begonnen. Kuben zusammen. Wir dienen dem Kollektiv. Ungültiges Ziel. Nicht assimiliertes Spezies wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Bestätigt. Zu Befehl. Ah ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Was passiert jetzt hier eigentlich? Brauche ich dann irgendeine Info oder so? Mal Schiffe da hinschicken. Und das Tor dazu. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Ja, echt. Dumanski schlechthin. Das Kollektiv muss wachsen. Das Kollektiv wird angegriffen. Wo? Hoppla. Guck mal, wie schnell das Vieh sich da wieder regeneriert. Das ist ja der Wahnsinn. Wir sind in einem gefährlichen Nebel eingetreten. Oh Gott. Wir dienen dem Kollektiv. Nicht assimiliertes Spezies wird angegriffen. Wir werden uns anpassen. Wir werden uns anpassen. Remodulieren Schilde. Das Kollektiv wird angegriffen. Komm hier hin. Wo sind eigentlich meine beiden? Da oben erst. Würdet ihr dem verfolgen? Wir dienen dem Kollektiv. Ey, das kann ja jetzt nicht sein. Zum Befehlen. Ja genau, flieg in den Nebel. Das finde ich gut. Wir werden uns anpassen. So, wo haben wir jetzt noch was? Da oben. Da oben ist oder wieder? Wir geben uns zum Gitter. Nicht assimiliertes Spezies wird angegriffen. Boah, Leute, was ist los hier? Wir werden uns anpassen. Feuert doch mal, meine Güte. Ist das denn so schwer? Wir gehen in den Kollektiv. Auf dem Weg. Wir geben uns zum Sektor. So, wo bin ich denn jetzt? Das Kollektiv wird angegriffen. Ähm. Ziel erhalten. Bestätigt. Mr. Laforge, leiten Sie die Hilfsenergie in die Antriebe um. Wir sind in den eingefährten Nebel ein. Ey, seid ihr bescheuert? Wir gehen in den Kollektiv. Raus da. Wir gehen in den Kollektiv. Aber zack, zack. Nicht assimiliertes Spezies wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Toll. Toll. Assimilieren das Schiff. Auf dem Weg. Fuck, und ich hab die... Oh, nein. Zu gefehlt. Na, jetzt ist es eh zu spät. Äh, Ressourcenverarbeitung. Ähm. Na, jetzt braucht der hier oben so lange. Aktivieren alle Alkoholen. Auf dem Weg. Ich kann mit den Schiffen da unten auch gar nichts anfangen. Die können auch gar keine Sternenbasis bauen. Alle Arbeitscrews auf ihren Osten. Ja, ich trottel. Hm. Wo ist das Ding denn jetzt? Da. Das ist ein logischer Befehl. Nein, nicht so weit oben. Ein kluger Plan. Haben auch einen grünen Schimmer. Wie geil. Das ist ein logischer Befehl. Ach, Gott, nee. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Die fliegen da einfach durch. Leute, greift doch mal an. Oh, oh. Das Kollektiv wird angegriffen. Wenn du das jetzt ja kaputt machst, ne? Ich schwöre dir. Genau. Fliegt mal gegeneinander. So. Die bauen da jetzt endlich. Stationsbau begonnen. Wo? 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 Stationsbau abgeschlossen. Ich will halt meine Station, äh, meine, meine, meine Sternenflottenschiffe da nicht opfern. Wir werden uns fügen. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. So, du bist weg. Ach, du liebe Zeit. Sag mal, ihr solltet ihr hier nicht durchlassen. Was ist denn los hier mit euch? Schissau abgeschlossen. Verlegen Position. Wir werden uns anpassen. Ey, würdet ihr hier runterkommen? Bereiten Sie den Andockbereich vor. Nein. Wir sind in einem gefährlichen Nebel eingetreten. Ja, tut mir leid. Kein Verständnis. Das Kollektiv wird angegriffen. Wo? Ja, wo denn? Die Pockkönigin. Ist das so ein Schatten, oder? Wir sind in einem gefährlichen Nebel eingetreten. Was macht die da? Wir sind in einem gefährlichen Nebel eingetreten. Stellen Bewegungen ein. Ja, besser ist es. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Wegen der Blödheit werde ich hier... So, guck mal. Station wird angegriffen. Da kann man reparieren. Oh. Oh, was ist das? In Bereitschaft. Kehren zur Basis zurück. Oh, jetzt haben die hier wieder... Machen Sie es so. Stationsbau abgeschlossen. Setzen Sie einen neuen Kurs. Machen Sie es so. Stationsbau abgeschlossen. Boah. Ja, genau. Flieg mal hinterher. Das ist doch nicht wahr. Ja, komm, ist gut. Alle Sektionen in Bereitschaft. Das Kollektiv wird angegriffen. Na. Oh Gott. Ein kluger Plan. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Wo bleibt denn jetzt hier mein... Wir werden uns fliegen. So. Mal Einhaltgebieten hier, äh. Mann. Wie weit bist du? Bestätigt, Sternenflotte. In Bereitschaft. Aktivieren alle Alkohol. Stationsbau abgeschlossen. Wir werden uns fliegen. Du auf Seite. Bestätigt, Sternenflotte. Du kommst jetzt gleich zur Apparatur. Kehren zur Basis zurück. Stationsbau abgeschlossen. Was ist das, wenn ihr stehen bleibt? Also die hätte man echt ein bisschen schneller machen können. Bestätigt. Station wird angegriffen. Feind angegriffen. Stationsbau begonnen. Wir legen uns zum Sektor. Wir dienen dem Kollektiv. Boah, also hier in der letzten Mission sind sie richtig assi irgendwie geworden. Kann das sein? Verhalten Sie den Andockbereich vor. Bestätigt, Sternenflotte. Gott, ne. Wo kommt ihr denn her? Setzen Sie Kurs auf die nächste Reparaturstation. Eieiei, öh? Achso, okay, du darfst. Ähm, wo ist denn jetzt? Ich hatte doch mal drei gehabt, oder nicht? Da ist er doch. Zugefehlt. Ähm, Torpedo. Stationsbau abgeschlossen. Ach ne, das bist du hier unten. W- ey! Wir dienen dem Kollektiv. Station wird angegriffen. Ja, könnte auch wieder zurückfliegen. Ey, da krieg ich die Pest bei. Und weißt du, und dann bleiben die da unten stehen. Auf dem Weg. Stationsbau abgeschlossen. Ey, guck dir das an hier. Das ist ein logischer Befehl. Das ist doch nicht normal. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Ein kluger Plan. So, ihr bleibt jetzt hier gefälligst. Das Kollektiv wird angegriffen. Zu Befehl. Wir werden uns anpassen. Remodulieren, Schilde. Stationsbau begonnen. Die verkraften irgendwie mehr. Kann das sein? Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Was baut der da? Stationsbau abgeschlossen. Wo, Moment. Jetzt liegen die schon wieder hinter dem Herr. Nicht aufregend. Das ist nur ein Spiel. Transporte brauchen wir nicht. Stationsbau abgeschlossen. Das will ich haben. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Station wird angegriffen. Jetzt guckt ihr das an. Wir geben uns zum Gitter. Guck mal. Niedrige Bewegungsrate. Kennt ihr das? Verlegen Position. Mann. Wir geben uns zum Gitter. Remodulieren Schilde. Wir dienen dem Projektiv. Wir werden uns anpassen. Wir geben uns zum Sektor. Wir fliegen. Ja, klar. Wir geben uns zum Sektor. Geht mir das auf den Piss. Station wird angegriffen. Wir setzen Positionen. Schildesbau abgeschlossen. Nein, das. Ein kluger Plan. Wo ist denn hier? Die haben... Die haben ein Konstruktionsschiff. Kaputt gemacht. Wie heftig ist das denn? Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Würdest du auch mal bitte feuern? Effizienz steigern. Station wird angegriffen. Aktivieren alle Alkohol. Boah, ey. Hier geht es jetzt aber echt ab wie Zunder. Wir dienen dem Projektiv. Schildesbau abgeschlossen. Leckomio-Fanier. Brauche ich ihn nicht. Haltestrahl. Zusätzliche Technologien werden erforscht. So, Moment. Wo ist jetzt mal ein zweiter gewesen? Der war hier... Stationsbau abgeschlossen. Das Kollektiv wird angegriffen. Ja, ich kann mich nur um eins kümmern. Ziel erhalten. Aktivieren alle Alkohol. Schildesbau abgeschlossen. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Zu Befehl. Begegnet Angriff. Begegnet Angriff. Das ist doch nicht wahr. Guck mal, wie wenig die Schaden machen. Das Schild wird angegriffen. Wir legen uns zum Sektor. Und dann haut er ab. Assimilieren das Schiff. Stationsbau abgeschlossen. Auf dem Weg. Oh, da ist ja... Oh, noch einer. Assimilieren das Schiff. Wir werden uns anrufen. Da kommt... Ey, boah. Was geht hier ab? Schiffsbau abgeschlossen. Verlegen Position. Wir dienen dem Projektiv. So, wo war jetzt der andere? Hier war doch noch irgendwo einer. Ein Mist. So, wie sieht's hier aus? Station wird angegriffen. Feind angegriffen. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Ein kluger Plan. Stationsbau abgeschlossen. Schiffsbau begonnen. Hat sich sie hoffentlich jetzt ein bisschen normalisiert. Zusätzliche Technologien werden erforscht. Ja, die sind wichtig. So, das brauche ich erstmal alles noch nicht. Ähm. Wir werden uns flügen. Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung. Zu Befehl. Ach, nee. Stationsbau abgeschlossen. Es ist doch alles nicht mehr feierlich. Wir werden uns flügen. Wir dienen dem Projektiv. Station wird angegriffen. Zu Befehl. Feind angegriffen. Wir gehen mit Angriff. Assimilieren das Schiff. Bis die alle erstmal hier sind. Wir gehen uns zum Sektor. Stationsbau abgeschlossen. Oh Gott. Wir sind nur am Stöhnen. Das Projektiv muss wachsen. Wir werden uns flügen. Stationsbau begonnen. Bisschen im Willen. Auf dem Weg. Wir geben uns zum Gitter. Das Projektiv wird angegriffen. Ey. Wenn ich die jetzt hier weghole, dann kommt ihr hier in meine Richtung. Nein, natürlich nicht. Verlegen Position. Wie sieht es hier mit den Kuben aus? Das Projektiv muss wachsen. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Das Projektiv wird angegriffen. Guckt ihr das an? Also ich glaube, das wird die längste Mission bei den Borg. Schlechthin. Das Ding ist, die kommen ja nicht nur da aus der Spalte, sondern die kommen ja überall her. Stationsbau abgeschlossen. So, jetzt will ich damit mal aufhören, weil... Schiffsbau abgeschlossen. Auch wenn ich gerne noch viel mehr pflastern würde. Wir werden uns flügen. Zu Befehl. Ich bleibe jetzt hier auch... Oh. Guck mal, die kommen hier einfach so reinmarschiert. Stationsbau abgeschlossen. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Ähm. Ich will bei der Föderation bleiben. Ich könnte natürlich jetzt hier auch von der... bei den Borg bleiben. Ich könnte jetzt auch mit der Föderation hier arbeiten. Ah, öh. Hm. Schiffsbau begonnen. Aber wir sind ja schließlich bei der Föderation hier, ne? Jawohl, ja. Na, endlich funktioniert hier auch mal was. Schiffsbau abgeschlossen. Schiffsbau abgeschlossen. Guck mal, ey, von drei Seiten wird der befeuert. Sollektiv wird angegriffen. Oh, ey. Also, ein bisschen übertrieben. Weißt du, was die anderen... ...zu, zu, zu harmlos und zu kurz waren? Übertreiben sie es jetzt hier. Wir dienen dem Projektiv. Ja, komm, jetzt hier hinterher. Das kann doch nicht sein. Ey, wie der mich austrickst hier. Remodulieren Schilde. Abruf. Schiffsbau abgeschlossen. Wir werden uns anpassen. Nein. Zu Befehl. Und alles diese großen Schiffe. Das Projektiv wird angegriffen. Vielleicht baue ich noch eine hiervon. Wir dienen dem Projektiv. Wir werden uns anpassen. Geht so nicht. Dann mache ich das hier mal als... ...Einsatzflotte. So, wie sieht's hier aus? Zu Befehl. Schiffsbau abgeschlossen. Bestätigt. Das ist ein logischer Befehl. Station wird angegriffen. Fall angegriffen. Oh Gott. Wenn ich hier im Prinzip den Stapsel drauf tue, dann müsste es eigentlich sehr viel weniger werden. Aber das ist nur eine Theorie halt von mir. Bereiten Sie den Andock-Bereich vor. Ein kluger Plan. Statusbericht. Stationsbau begonnen. Das ist ja nix, was ich da bauen kann. Schiffsbau abgeschlossen. Warte mal die... Wir dienen dem Projektiv. Oh. Was haben wir denn hier? Eieiei. Habe ich die Reparaturschiffe irgendwo? Stationsbau abgeschlossen. Natürlich. Nicht. Ich hatte aber, glaube ich, hier mal eins. Aber es wird... Doch, da ist es. Wir werden uns fügen. Station wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Herrgott. Alle Arbeitscruise auf ihre Posten. Ein kluger Plan. Zu Befehl. Zu Befehl. Stationsbau abgeschlossen.